Hallo, mein Name ist Christine Beckereit, ich arbeite bei der Firma Corteva AgriScience und bin hier Kundenberaterin im südlichen Baden-Württemberg. Wir sind hier in der Nähe von Bad Waldsee und ich bin hier mit einem Angestellten von einem Hof. Genau, mein Name ist Timo Flur und bin auf dem St. Georgshof für den Ackerbau zuständig. Super, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir stehen jetzt gerade auf einem Weizen. Ja, vielleicht sagst du mal kurz, wie die Fruchtfolge hier so aussieht. Die Fruchtfolge sieht so aus, dass nach dem Mais immer eine Getreideart kommt. Die Getreidearten, die wir anbauen, sind Winterweizen, Wintergorste und Triticale. Weizen haben wir jetzt am 13. Oktober gesät, direkt nach dem Mais eigentlich. Also bei so einer engen Fruchtfolge und Maisweizen ist ja immer die Gefahr von Fusarium im Getreide, gerade im Weizen. Da muss man schauen, dass schon oft, dass man dann pflügt und auch die Maisstoppeln zerkleinert, dass die Fusariumpilze dann keine Chance haben. Wir schauen uns den Weizen mal ein bisschen näher an, in welchem Stadium er sich befindet. Und wenn man das anschaut, wir wissen ja, wann ist er noch mal gesät worden? Am 13. Oktober. 13. Oktober. Das heißt, er ist auch noch nicht in der Bestockung, ist auch allgemein gut aufgegangen. Die Sorte ist? Wir haben einen Farmer, das ist ein B-Weizen ausgesät und da wir mit dem Saattermil relativ spät dran waren, sind es 370 Körner auf dem Quadratmeter, die wir ausgesät haben. Na wunderbar. Jetzt ist es in den letzten Jahren ja so, dass die Herbstwitterung immer recht gut ist für Herbstbehandlungen. Ist denn eine Herbstbehandlung gemacht worden? Genau, also wir hatten im Herbst gleich die Herbizidmaßnahme gemacht. Das haben wir mit dem Viper durchgeführt. Genau, also Viper Kompakt ist ein Herbizid von uns, von der Firma Corteva Agrescience. Ist eigentlich auch sehr breit und hat eine sehr gute Windhalmwirkung. Und wenn man den Acker jetzt mal anschaut und schaut, ob jetzt noch Windhalm oder wie das funktioniert hat, sieht man eigentlich von den Unkräutern nichts. Also es hat gut funktioniert. Es geht natürlich jetzt darum, wie es im Frühjahr dann ausschaut. Gab es denn bisher Unkräuter, die vielleicht im Frühjahr noch aufgelaufen sind? Genau, also die Problemunkräuter im Frühjahr sind bei uns eigentlich das Klettelabkraut und die Ackerkratztüttel, wo eigentlich bei unserem Standort immer mehr zum Problem wird im Frühjahr dann. Wenn nur Klette ein Problem ist, könnte man jetzt einen Pixaro einsetzen. Pixaro ist ein sehr modernes Produkt aus unserem Hause mit dem modernen Wirkstoff Arelex, der auch ein Resistenzmanagement betreibt. Und damit haben wir auch sehr spät, kann man sehr spät auch schon noch die Klette sehr gut behandeln mit einem Viertelliter. Es ist auch sehr günstig und auch sehr sicher. Timo, du hast gemeint, dass die Distel auch ein Problem darstellt. Genau, also wir können es auch bei uns in der Distel, die kann ein wahnsinniges Wurzelwerk ausbilden und sich durch Ausläufe vermehrt sie sich im Wesentlichen. Und wenn man nicht aufpasst und es sind schon Distelplatten da, reichen die Meter tief in den Boden rein. Und dann kann man sich vorstellen, dass es einfach nicht einfach ist, die wieder wegzukriegen. Das ist eine nachhaltige Geschichte, um eine Distel zu bekämpfen. Zum einen muss man es pflanzenbaulich machen, also wie ihr schon macht, pflügen. Wobei bei der Distel kann sie auch aus den Austrieben, aus den Wurzelstücken auch schon wieder austreiben. Ganz wichtig ist eigentlich bei der Distel wehret den Anfängen. Wenn die erste Distel zu sehen ist, dann ist schon wichtig, die zu bekämpfen, weil die geht mit ihren Wurzeln tief in den Boden rein, bildet eine Pfahlwurzel aus und im zweiten Jahr im Boden, in pflugfurchtentiefe, bildet sie ihre Seitenwurzeln aus und treibt dann neue Pflanzen. Die Distel wird auch immer mehr im Zuge der Klimaveränderung, wenn es auch immer wärmer wird, auch im Herbst schon, ist teilweise zu sehen. Distel ist ja wärmeliebend und die Distel gibt es schon sehr lange. Also vor 100 Jahren sind die Landwirte verdonnert worden, da muss sie eine Strafe bezahlen, wenn sie die Distel auf dem Acker nicht bekämpft haben. Man hat hier festgestellt, 10 bis 20 Zentimeter sollte die Distel hoch sein, mindestens, dass man auch die gut benetzen kann und gut Wirkstoff aufnimmt. Heutzutage kann man sie ein bisschen moderner machen und sich einfacher machen, indem man sagt, Bierflaschengröße, sagen wir oft, sollte die Distel mindestens haben, um auch genug Wirkstoffmenge aufzunehmen. Also gerade im Frühjahr zur Nachbehandlung kann man typischerweise auch dann, gerade auch bei der Distel eignet sich das Ariane C sehr gut mit einem bis 1,5 Liter. Es hat den Wirkstoff Glopuralit. Glopuralit ist eines der Besten gegen die Distel im Frühjahr und deshalb wird Ariane C sehr gerne im Frühjahr eingesetzt. Ja, das war's jetzt mit unserem Vlog hier und wenn ihr noch weiterhin Interesse habt an anderen Vlogs in anderen Kulturen, dann schaut doch unsere Homepage und wir würden uns freuen, euch da wiederzusehen und tschüss! Bis zum nächsten Mal!